Was ist dein Lieblingsessen? Gefüllte Paprika. Mein Lieblingsessen ist Döner und Pizza. Hühnchenkeule mit Pommes. Und wie oft isst du das? Jede dritte Woche bei meiner Oma und meinem Opa. Oh, das ist ja toll. Und wer kocht besser, deine Oma oder deine Mama? Irgendwie besser meine Mama, weil da esse ich mehr und das schmeckt auch ein bisschen leckerer, weil sie immer neue Sachen ausprobiert. Mein Lieblingsessen ist Spaghetti. Und womit isst man Spaghetti? Mit Tomatensauce und, wenn man will, Käse. Was ist dein Lieblingsessen? Eigentlich alles, was meine Mama kocht. Ja? Kocht deine Mama gut? Ja, auf jeden Fall. Und magst du auch das, was dein Papa kocht? Eher was er grillt.